Hallo und herzlich willkommen hier beim Channeling Kongress in diesem Jahr mit dem Titel Aktivierung der Schöpferkraft und ich freue mich ganz besonders in diesem Gespräch mit Thomas Young mich darüber zu unterhalten. Lieber Thomas, schön, dass du dabei bist beim Kongress und dir die Zeit dafür nimmst. Hallo. Ja, freue mich sehr. Wir haben ja im Laufe der letzten Jahrzehnte in den Herzlern ganz unterschiedliche Perspektiven, Wege erprobt, die eigene Energie zu erhöhen, sich mit der Schöpferkraft zu verbinden und ich bin gespannt auf die Fragen, die du dazu hast. Ja, und ich bin gespannt auf die Antworten, denn du hast das schon gerade andeuten lassen. Du bist Weisheitslehrer, Mystiker und Herzenslehrer. Es ist in den letzten Jahrzehnten ja dir immer auch am Herzen gelegen gewesen, eben einzutauchen in das Wissen alter Kulturen und das zu teilen. Und klar, die Schöpferkraft, sie ist generell, denke ich, in uns allen ja verankert und die Frage ist, ja, welchen Schritt darf jeder tun, um sie für sich eben zu aktivieren? Letztendlich gehe ich sogar davon aus, jeder hat sie schon aktiviert. Es ist eher vielleicht eine Frage des Bewusstseins. Was sind deine essentiellen Erkenntnisse zum Thema Schöpferkraft für den Einstieg? Es geht ja darum, dass wir, wenn wir Schöpf etwas manifestieren, was es noch nicht gibt. Und das simpelste Beispiel ist ein biologisches, ein Mann und eine Frau lieben sich und es entsteht ein Kind. Also eine männliche, eine weibliche Energie finden zusammen und für neun Monate in der Nichtsichtbarkeit entsteht oder wächst etwas heran, was in der Zeit genährt wird. Wenn wir das jetzt übertragen auf Vision, auf etwas, was auch noch nicht da ist, also etwas, was du, was ich, was andere in die Welt hinein schöpfen, manifestieren möchten, dann ist es ja etwas, was zunächst im Inneren in uns da ist, als Idee, als Gedanke, der dann genährt wird über einen gewissen Zeitraum. Das müssen nicht immer neun Monate sein, das können andere Zeiträume sein, je nachdem, was für Projekte es sind. Und dann irgendwann in diese Kontraktionsphase geht, auch nicht übertragen werden darf, weil auch Visionen kann man übertragen, dann kommen sie gar nicht mehr in die Welt oder sie können, wenn man sie zu früh rausschiebt, nicht lebensfähig sein, genau wie Babys im Grunde genommen. Das heißt also, etwas, was man noch nicht sieht, was innerlich aber für dich Realität ist und was du zur Realität werden lässt, weil du als Visionär oder Visionärin es riechst, es fühlst, es schmeckst, dich zudem werden lässt, sozusagen deine Zukunft in die Gegenwart holst und dann zu irgendeinem Zeitpunkt das Buch, das Theaterstück, der Garten, das neue Haus, das neue Leben, was auch immer es sein mag, in die Welt hineingebärst. Das ist mit ganz simplen Worten Manifestation vielleicht erklärt, Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020